Also wir haben uns in der Vorstandschaft Gedanken gemacht, wie man so ein bisschen näher an den Autofahrer herankommt. Und da haben wir gedacht, das ist in Kooperation mit der Halbbrunner Stimme, mit dem Herr Schnell, dass das vielleicht eine ganz gute Sache wäre, dass man da dann die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf die Innung lenkt. Und so hat man sich dann dazu entschlossen, die Kolumne zu schreiben, einmal im Monat. Die Themen suchen wir uns einfach dieses Jahr selber raus. Da setzen wir uns da auch wieder mit der Vorstandschaft zusammen und überlegen uns dann die Themen. Im zweiten Jahr sind wir jetzt und das kommt sehr gut an. Wir kriegen auch gute Resonanz von den Lesern. Wir hängen öfters dann auch Fragen, die wir dann auch gerne beantworten. Das funktioniert eigentlich sehr gut.